Toast Hawaii kennt jeder, Pizza Hawaii kennt auch jeder, aber Smashed Potato Muffins im Hawaii Style, das kennt niemand, oder? Diese Art Smashed Potatoes zu machen, kommt auf jeder Party super an. Wie ich diese Smashed Potato Muffins gemacht habe, das verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Cookst du mit Kalle. Herzlich Willkommen! Die Zutaten lasse ich hier wieder durchlaufen, aber ihr könnt sie alle unter diesem Video nachlesen. Und wer schnell genug lesen konnte, der hat gesehen, dass ich auch wieder meinen Knoblauchmus verwendet habe. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr in diesem Video hier oben. Dann lasst uns anfangen. Als erstes mal müssen die Kartoffeln gekocht werden. Da ich keine zwölf kleinen Kartoffeln hatte, musste ich große nehmen und dann teilen. Geht genauso gut, schmeckt genauso gut. Wenn die Kartoffeln gekocht sind, werden sie geteilt, bzw. wie man hier sehen kann, den Muffinformen angepasst. Es sollte zum Rand der jeweiligen Muffinform immer ein bisschen Platz bleiben, denn sie werden ja noch gesmasht, also zerdrückt. Und dafür müssen sie sich ausdehnen können. Zum Smashen empfiehlt sich der Boden eines kleineren Glases. Hier kann man schön sehen, wie eine kleine Vertiefung in den Kartoffeln entstanden ist. Diese brauchen wir natürlich für die Füllung. Da die Muffins vorgebacken werden, ohne Füllung, müssen sie jetzt mit Öl bestrichen werden, damit sie nicht verbrennen. Und dann geht es ab in den Ofen bei 190 Grad Umluft für 30 Minuten. In der Zwischenzeit können wir uns um die Erstellung der Soße kümmern. Mayonnaise, Ketchup, Knoblauchmus, alles miteinander verrühren. Dann kommt noch der Ananassaft dazu und zum Schluss der Frischkäse alles gut verrühren. Na na na, wer wird denn da den Finger benutzen? Ja, kein Problem. Die Hände sind gewaschen und desinfiziert. Als nächstes wird die Zwiebel in kleine Würfelchen geschnitten. Dann wird eine Pfanne aufgesetzt, Speck rein, Zwiebeln rein und alles bei mäßiger Hitze vorsichtig garen. In der Zwischenzeit sind unsere Smash Potato Muffin Rohlinge fertig gebacken. Ich finde ja, sie sehen jetzt bereits schon zum Anbeißen aus. Jetzt geht es an die Füllung der Muffins. Als erstes ein Teelöffel Soße unten als Basis. Dann kommen Speck und Zwiebeln dazu in ein Viertel einer Ananasscheibe. Wenn man sehen kann, sind die Muffins jetzt gut gefüllt. Also jetzt noch zum Schluss Käse obendrauf und dann geht es ab in den Ofen zum Backen. Die Temperatur des Ofens wird auf 170 Grad Umluft etwas reduziert. Und dann bleiben die Muffins nochmal 15 Minuten im Ofen. So sehen sie dann aus. Ich empfehle jetzt, die Muffins ein wenig abkühlen zu lassen, weil dann können sie besser aus den Formen herausgenommen werden. Na, das sieht doch gut aus. Jetzt schneiden wir sie mal auf, um zu schauen, wie sie innen drinnen aussehen. Na, das ist doch gelungen. Das sieht doch hervorragend aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.